So, jetzt zeige ich euch mal einen Bremstest mit den Nokian HAKAPELITA 2 SUV, mit ihren Diamanten drin. Ich bremse jetzt mal an dem Schild. 100 Stundenkilometer von Vollbremsung. Und Spurgerade, ich schätze mal nach ca. 50 Meter und die Straße ist hier spiegelglatt, sodass man kaum laufen kann. Festgefahrener Schnee, gefroren, kurz drauf geregnet, drauf geschneit. Also wirklich grandios.